hallo und herzlich willkommen zu dead by deadert und jetzt viel spaß mein linker linker platz ist frei ich wünsche mir die frames dabei ich wünsche mir den richtigen rechner damit ich endlich ein gaming von dem laptop zumindest ein teil davon weg machen kann ja obwohl das ist kein das ist die musik macht mich insgesamt nervös dann bist du in schussi oder ja man genau so wie das komische zeug was ich gerade so richtig auch das ist eigentlich von mir gerade okay dass ich in ruhe du weißt gar nicht wie viele lächer das sind die in die reinpacken wie viele braucht man von den gefüllten dinge 30 stück ich habe jetzt ein halbes ich habe auch ein halbes nicht mal nicht ganz und wenn du stirbst nimmst du das wahrscheinlich gar nicht mit doch das größte das behältst du verlierst ein bisschen material vielleicht ich habe übrigens noch keinen generator gefunden ich bin gerade an einem hinterm gelben haus instant skill check ja leck mich doch leck mich fett da ist sogar ein ausgang in der nähe finde ich gut ich bleibe ich einfach die ganze zeit das hast du von meint so die ganze dann im ausgang mache ich gute idee ich ernte jetzt nur noch das zeug und lasse euch machen ja so viel gibt es davon glaube ich gar nicht ich habe ihn natürlich absichtlich zu mir gelockt da kamen skillchecks bei dir bei diesem zeug ernten nein oh nein es ist freddi och nö der ist voll kacke den hatten wir noch nicht doch ich habe schon gegen den gespielt aber der ist voll scheiße wenn du die musik hörst der ist unsichtbar dann verwandelt er dich dann bist du in dieser traumwelt und dann musst du dich irgendwie da rausreißen du kannst um aus der traumwelt zu kommen generator skillcheck verkacken und dann bist du wieder in echten welt also muss aufgeweckt werden sozusagen muss man da dann generator finden und den dann zerstören also verkacken oder was ein skillcheck verkacken ja guck mal unten links ist jetzt eine die ist im oh ich habe eine karte lesen boden und voll nörbeln alles lecks aber internet weg ich mache gerade es geht karte lesen aber es passiert auch nichts ja das hatte ich letztens auch ich check nicht was die bringt was wir hätten ist jetzt jemand am haken ist das nah bei dir ja ich bin da davon weggerannt aber ich war gerade verwirrt davon wo auf einmal dann der ding fertig gemacht wurde kannst du den runter holen ja sehr gerne denkt an freddie ist unsichtbar ja wenn du die musik hörst du ich nicht weiß nicht was es heißen soll low job und ihr seid das zeichen dafür aber ich mache es nur mit der hand sollten die einen shop geht nicht ich höre seine musik das ist nicht gut holst du dich jetzt ja jetzt ist alles heller ja ja jetzt bist du in der traumwelt wie lange hält das bist du dich da selbst raus holst kann er mich dabei fangen ja wenn du in der traumwelt schon bist schon wenn du in der echten welt bist nicht ich sehe dich läuft gerade auf der straße oder ja wieg nach links ab komm zu mir nein ich mach das ich kann dich doch okay du bist wieder in der echten welt kann dich heilen komm hier hinter ich muss nicht geheilt werden was achso er hat mich ja nicht getroffen er hat mich ja nur instant da reingezogen achso ach krass sehr gut boh da ist er wieder am hause 1 2 Freddy komm vorbei 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 4 5 weiter weiß ich nicht ich hab den text vergessen ich hab den text vergessen oh oh bei mir wie nah bist du denn bei dem typen gar nicht nah oh er ist runter geholt worden ich bin gerade in hinterhaus also ich bin gerade in einem garten von haus auf der anderen seite von der wo ich nicht heilen wollte ich bin gerade in dem haus wo der generator schon fertig ist ja bei mir ist auch ein fertiger generator die karte immer noch nicht ich auch nicht karte ließ aber bei mir kommt jemand verlässt das sind das ist gut dann kannst du heilen da kann sich auch selbst sein das ist noch größer aber ich muss ihn aufwecken ich klatsche ein bisschen jetzt ist ja ich habe die ganze zeit die scheiß karte alter ich habe mich die landes medikit gefunden das ist sehr gut ich bin in der traumwelt sag mir wo du langläufst dann wecke ich dich auf mein spielsound ist weg ah jetzt ist er wieder da hallo ich bin da wo du wo ich dich aufhecken wollte die musik ist mega nah bei dir ich sehe dich nicht mehr ich bin hier hinten in einem haus im keller bin ich da wo ich dich aufwecken wollte im haus im keller hier ist ein fertiger generator unten konntest du mich bitte holen ich bin mir nicht sicher wo das ist alter mann was die sehen nur einen keller wie in der kiste hier ist doch nicht dass hier eine kiste ist das ist nicht der hakenkeller nein nicht der hakenkeller kommen wir mal lassen jetzt wieder die musik bei mir jetzt bin ich oben in dem wohnzimmer ja ich sehe dich sogar hallo hallo ich bin jetzt aber nicht das fenster laut ja du kannst doch einfach so da rein klettern du trottel du bist du ja du kannst doch einfach du kannst doch einfach langsam darunter gehen ja du musst beckner heimlich spiel mach ihn aufwärts aufmerksam während wir zu zweiter die sie so gut probleme ich glaube er kommt zu uns hat jemanden auf das ist direkt bei uns ich weiß deswegen gehe ich gerade weg der ist nicht tot 12 freddy ist behindert 45 und was sie auch gar nicht ich renne hier ein bisschen rum der ist fertig leider der generator ich ja an der straße ist halt noch einer naja ich bin grad in einem haus ich mach den vorhin gesehen bevor er mich angegriffen hat weil er das weil er halt so grasspuren macht ist voll praktisch gewesen er ist nicht komplett unsichtbar man erkennt schon was auch wenn er dich einsaugt in die traumwelt erkennt man was jaja eins zwei sag mal leise ah ist bei mir ok er zieht mich in die traumwelt na ist jetzt doof ne ich laufe auf der straße rum oh fuck er hat mich einmal getroffen was soll ich denn jetzt machen ich weiß doch auch nicht da ist jemand dann im generator ok die eine hat den generator fast fertig er hat mich ja ich sehe es ich bin instant an einem haken oh hier ist die luke alter niklas hier ist direkt vor mir die luke ok ok ich verstecke mich mal kurz ich höre immer noch seine musik ich höre die auch jetzt nicht mehr hörst du die ja aber ich kann es auch nicht erkennen wo er ist gerade ich bin an dem polizeiauto ja ich sehe es ok lass sie einfach laufen ja ok ist cool für mich oh er stand direkt hier einfach Junge aber wir wissen jetzt alle wo die luke ist das stimmt ach jetzt bin ich doch nicht ernsthaft schon wieder in seiner scheiß traumwelt 1 2 freddy kommt das hat jemanden da oben ja 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 aber der ist da hinten bist du blöd alter ich wollte das nicht direkt auf der straße jetzt bleibt noch aufstehen man man ich wollte nicht ich wollte ich gar nicht man den typ ist tot ja wir wissen wo die luke ist ja aber da kann nur einer durch basti ja aber wenn ich sterbe kannst du da durch weil du weißt wo sie ist es ist zu nein er ziehe mich auch rein basti oh was wie konnte der mich jetzt noch rein ziehen dabei niklas lauf zu luke lauf zu luke ok hat er dich ja er hat mich deswegen schnell ja ich kämpfe erst noch sag wenn du da bist ja bring dich schon mal um damit die luke aufgehen kann oh gott er ist direkt hinter mir scheiße war hier nicht die luke ja da ist sie basti basti ich bin tot ich bin tot ich bin tot jeden moment jeden moment jeden moment oh mein gott nein basti nein ja junge alter war das dumm gg dug och egal national j